Hey, Servus! Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute zu Besuch ist der Simon vom Kanal mit Kappe im Wald. Er ist extra sechs Stunden gefahren, ist schon seit gestern da. Wir machen uns einfach ein schönes Lagerleben, kochen dann was. Und genau das ganze Video, also mehr zu sehen, gibt es dann bei ihm auf dem Kanal. Der Link ist unten in der Infobox. Schaut einfach mal vorbei. Und da drittt der Schlafen für 4.5 Liter, was ihr habt? Und da ist das, was ihr habt? Bis zum nächsten Mal. Und da, schaut mal, bis zum nächsten Mal. Und da, schaut mal, bis zum nächsten Mal. Musik 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 So, ja, das war es mit dem Overnighter, war eine schöne Zeit, wie ein kleines Video, die andere Fassung seht ihr beim Simon dann auf dem Kanal. Jetzt hat es noch angefangen zu schneiden, richtig schön, die Nacht war perfekt, also im Biwaksack wieder top warm, also hat sich auch nichts gefehlt, super Geschichte, viele Tiere waren unterwegs heute Nacht, ja, ich hoffe, die hat es auch gefallen. War super, war richtig schön hier, vielen Dank. Schön, dass du da warst und dann sehen wir uns hier wieder und wir sehen uns auf meinem Kanal. Macht es gut, danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, Servus, Ciao. Bis dann. Musik